Worauf hoffst du? Konfis und Älteste der Friedensgemeinde antworten. Ich hoffe darauf, den Sommer normal verbringen zu können. Im Urlaub mit meiner Familie. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist. Ich hoffe, dass wir bald in ein normales Leben zurückkehren können. Ich hoffe auf ein großes Gartenfest mit vielen Menschen, die ich in den Arm nehmen kann, wenn ich will. Ich hoffe, dass wir endlich umziehen. Ich hoffe, dass ich den Sommer wieder mit meinen Freunden genießen kann, ohne immer auf Abstand zu achten. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und niemand mehr Angst haben muss, sich anzustecken. Ich hoffe, dass das Thema Bewahrung der Schöpfung einen hohen Stellenwert bekommt, damit auch künftige Generationen noch eine bewohnbare Erde vorfinden. Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich zu Gott finden. Ich hoffe, dass Corona bald so weit zurück ist, dass ich den Sommer mit Freunden und Familie richtig genießen kann und auch in den Urlaub gehen kann. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und meine Familie gesund bleibt. Ich hoffe, dass der Raumbau an den Flächen für immer neue Gewerbegebiete aufhört und der Umweltschutz einen deutlich höheren Stellenwert erhält. Ich hoffe, dass sich die Menschen verändern. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, wie wichtig Gott ist. Ich hoffe, dass es jedem gut geht und wir trotz Corona ein bisschen Freude erleben. Ich hoffe, dass die Menschen einziehen, welche Schäden sie in der Welt angerichtet haben und diese versuchen zu verbessern. Ich hoffe, dass wir diese Pandemie bald so weit im Griff haben, dass wir wieder einigermaßen normal miteinander umgehen und unsere gewohnten Kontakte pflegen können, ohne dass wir befürchten müssen, einander zu infizieren. Ich hoffe, dass die Menschen endlich zur Vernunft kommen und aufhören, sich zu bekriegen. Worauf hoffst du? Ich hoffe, dass die Menschen nicht zu sehen.